Musik Meine lieben Freunde, das Jahr 2019 hat nur noch wenige Stunden und wir starten in das magische Jahr 2020. Ich möchte mich bei euch allen für eure Treue bedanken. Danke für all die Feedbacks, worin ihr mir euren Dank ausgesprochen habt. Auch für das Jahr 2020 bin ich für euch da. Zum Jahreswechsel nun ein kleines selbst verfasstes Gedicht für euch zum Lesen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020